Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Mediashop. Unser Thema heute ist wieder ein ganz wichtiges. Es geht um Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden. Ja, und Wohlbefinden heisst natürlich auch, dass man abnimmt. Und ja, abnehmen, das wissen Sie, da habe ich reichen Erfahrungen, Schatz, dazu. Aber auch das Immunsystem sollte immer wieder aktiviert werden, damit man sich so richtig wohlfühlt. Das Zauberwort dazu heisst Schwitzen. Und zwar in einer Sauna, wo am besten? Bei Ihnen zu Hause. Die Heimsauna, die Sie hier sehen, heisst Relox Homesweater und kann überall in der kleinsten Wohnung aufgestellt und benutzt werden. Ja, und auch wir haben jetzt eine fixfertig aufgestellt und unser Fachspezialist, Andreas Geier, wird es Ihnen jetzt erklären. Andreas, was bedeutet eigentlich und was ist das Spezielle am Relox Homesweater und was ist Ferninfrarot? Der Relox Homesweater ist die einzige und erste Ferninfrarot-Heimsauna der Welt. Was bedeutet nun Ferninfrarot? Ferninfrarot ist das Spektrum des Lichts zwischen 4 und 14 Mikron. Dieser Teil des Lichts wird am stärksten von unserem Körper aufgenommen, wird in Energie umgewandelt und fördert so den ganzen Stoffwechsel und die ganze Immunaktivität. Diese Radiatoren, die hier verwendet werden, arbeiten auf Ferninfraroter Basis und was für Sie zu Hause sehr wichtig ist und für Ihren Geldbeutel sehr wichtig ist, wir brauchen durch diese patentierte neuartige Technologie nur 5 bis 10 Prozent vom Strom, den eine normale kleine Sauna zu Hause brauchen würde. Das alles bekommen Sie nach Hause, wenn Sie den Homesweater heute beim Mediashop bestellen. Das hochwertige Saunazelt mit einer Silber-Nylon-Beschichtung, die sehr wichtig ist, meine Damen und Herren, weil wir mit Ferninfrarot-Strahlung arbeiten und wie der Name Strahlung schon sagt, Strahlung muss reflektiert werden, um sie am ganzen Körper zu verteilen. Aus diesem Grund haben wir diese Silber-Nylon-Beschichtung, die die Strahlung wunderbar reflektiert und so haben Sie den Erfolg mit dem Homesweater am ganzen Körper. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Bedienelement dabei, was sehr einfach gestaltet ist. Sie müssen lediglich 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem die Zeit einstellen, das Gerät einschalten. Keine Temperaturwahl ist nötig, keine großen technischen Kenntnisse. Der ganze Rest wird von diesen patentierten Radiatoren selbst gesteuert. Dieses patentierte Heizelement garantiert Ihnen nicht nur extreme, nie dagewesene Sicherheit, sondern auch einen extrem niedrigen Stromverbrauch. Sobald der Homesweater nach weniger als zwei Minuten seine Betriebstemperatur voll erreicht hat, wird die Stromaufnahme nach unten geregelt und Sie fahren extrem energiesparend. Relox Homesweater. Schwitzen, abnehmen, wohlfühlen, bequem zu Hause. Er ist leicht zum Zusammenstellen, braucht wenig Platz, ist hygienisch und man kann ihn ganz gut reinigen. Die Vorteile des Relox Homesweaters sind Minimaler Platzbedarf, leicht zusammenzustellen, Hygiene und Sauberkeit. Der Relox Homesweater bietet dem gestressten, berufstätigen Menschen die Möglichkeit, zum Entschlacken, zum Entgiften und zum Abnehmen. Einfach zu Hause. Die zwei Relox Homesweater Radiatoren können Sie auch extern verwenden. Für Handgelenke, für Knie, für Bauch, gegenfalten, für Nacken, für Schulter. Mediashop. Produkte, die man haben muss. Einmal am Tag sollte man in die Sauna gehen und schwitzen. Das stimuliert den Körper und den Geist. Das sagt übrigens auch die Medizin. Bei uns als Gast jetzt ist Dr. Jentsch. Er ist Immunbiologe. Herr Dr. Jentsch, was bewirkt Ferninfrarot und was bewirkt Schwitzen für den Körper? Das Schwitzen ist eine physiologische, normale Form des Körpers, des Stoffwechsels, um Belastungen loszuwerden, über den Schweiß, um zu entlasten, um Krankheiten, einen guten Sperrriegel vorzusetzen, sozusagen, um gesund zu bleiben. Über das Schwitzen entlasten wir den Körper. Über das Schwitzen können wir auch abnehmen, wie wir es ja bei den Sportlern kennen. Durch Joggen kommt auch dieses Schwitzen zustande und natürlich Kalorienverbrauch. Die Ferninfrarot-Strahlung hat hier einen sehr guten Effekt und Einfluss auf den Körperstoffwechsel, weil diese Strahlung tiefer, etwas tiefer in den Körper hineinkommt, um Resonanzvorgänge auszulösen, als es die üblichen, normalen Wärmestrahlen wären. Also hier haben wir auch eine ideale Form zur Gesundheitsprävention. Ja, das klingt ja interessant. Wir haben jemanden zu Hause besucht, der der Lelox Home Sweater schon seit einiger Zeit benutzt. Wir haben jetzt die Eva dabei. Die Eva würde jetzt auf diese Körperfettwaage gehen, vor der Benutzung des Home Sweaters, wird dann den Home Sweater für 20 bis 25 Minuten benutzen und danach werden wir sehen, ob das Versprechen des Herstellers wirklich zu halten ist. Eva hat einen Körperfettanteil, danke Eva, von 36 Prozent. Das Gewicht liegt bei 71,6 Kilo. Eva würde jetzt in den Home Sweater gehen, wird in 25 Minuten den Home Sweater nutzen. Wir werden dann nochmal sehen, wie das Gewicht sich verhalten hat und wie sich der Körperfettanteil bis dahin entwickelt hat. Eva hat jetzt 25 Minuten im Home Sweater entspannt, hat etwas für ihr Immunsystem und ihre Gesundheit getan. Was wir jetzt noch sehen wollen, ich schalte den Home Sweater ab und wir wollen sehen, ob Eva tatsächlich ihren Körperfettanteil reduzieren konnte. Jetzt, meine Damen und Herren, ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Jetzt werden wir sehen, ob der Home Sweater das hält, was wir Ihnen versprochen haben. Jawohl, 33 Prozent Körperfettanteil zu 36 Prozent vorher. 3 Prozent Körperfett verbrannt innerhalb von 25 Minuten und dabei noch 600 Gramm abgenommen, über ein halbes Kilo abgenommen, ohne Sport zu treiben, ohne Diät zu machen. Ein Wahnsinnsergebnis. Herr Dr. Jentsch, die Sauna heizt im Unterschied zu herkömmlichen Saunas nur auf 65 Grad auf. Ist das ein Vorteil? Grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein enormer Vorteil, weil die übliche Sauna, die bis um die 90 Grad bei hohen Luftfeuchtigkeitssättigungen arbeitet, auch für den Stoffwechsel eine Belastung darstellen kann. Bei 65 Grad kann hier beobachtet werden, dass wir den gleichen Effekt haben, wie bei einer höheren Temperatur, sogar noch effizientere Reaktionen im Körper, ohne dass hier gleichzeitig diese Reaktion mit einer höheren Belastung erkauft werden müsste, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Belastungen oder Blutdruck-Belastungen. Hier haben wir eine Entlastung und eine mindestens genauso gute Reaktion des Körpers auf den Effekt der Sauna selbst. Schwitzen wir dann trotzdem dabei? Das Schwitzen findet hier sogar in etwas stärkerem Masse statt, da, wie bereits erwähnt, diese Wärme, diese Langinfrarotstrahlung mit dem Körper viel besser in Reaktion tritt, damit etwas tiefer ins Gewebe eindringt und somit sofort Immunvorgänge, also Verbesserung des Immunsystems und Stoffwechselreaktionen auslöst, als wenn diese Hitze nur an der Oberfläche des Gewebes, der Haut oder des Körpers bliebe. Gibt es denn Leute, die den Relox-Home-Sweater nicht benutzen sollten? Also es gibt schon vorstellbar eine Patientengruppe, die Probleme hätte mit dem Home-Sweater. Das sind die Leute, die prinzipiell auch in eine normale Sauna nicht gehen können, wenn sie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme haben oder erhöhten Blutdruck. In so einem Fall würde ich immer empfehlen, dass diese Leute zunächst zu einem Arzt gehen und ihre Situation abklären lassen. Die Frage nach der Schädlichkeit der Strahlen kann eingehend dahin beantwortet werden, dass die Strahlung nicht schädlich ist. Sie ist weniger schädlich als die normale Wärmestrahlung, die wir über Heizungen verabreicht bekommen oder auch über das UV-Licht, was viel aggressivere Strahlungen sind. Hier haben wir eine Frequenz der Strahlung, die mit dem Stoffwechsel in Reaktion tritt, dort in körpereigene Strahlung umgewandelt wird, die dann erst zu diesen ganzen Stoffwechsel-Reaktionsschritten führen, wie Schwitzen, wie Erhöhung oder Verbesserung des Immunsystems und wie Entgiftung des Bindegewebes. Relox-Home-Sweater. Schwitzen, abnehmen, wohlfühlen, bequem zu Hause.